Was schätzen Sie? Wie viele Gruppenvergewaltigungen gibt es pro Monat in Deutschland? Eine oder zwei, vielleicht sogar drei? Nein, es sind circa 60, also zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag in Deutschland. Und besonders auffällig, jeder zweite Tatverdächtige hat keinen deutschen Pass und dabei sind die Deutschen mit Migrationshintergrund noch gar nicht mit einberechnet. Die Dunkelzüfte dürfte also deutlich höher sein. Das bedeutet faktisch, dass mindestens mehr als die Hälfte dieser abscheulichen Taten gegen Frauen und Mädchen in Deutschland von Ausländern begangen werden. Und das bei einem Ausländeranteil von gerade einmal 12,7 Prozent. Und besonders häufig kamen hier übrigens Männer aus Afghanistan, Syrien und dem Irak zum Vorschein. Und auch in weiteren Deliktfeldern schwerster Kriminalität, da ziehen sich diese Strukturen durch wie ein roter Faden. Fast 40 Prozent der Gewaltkriminalität sind ausländischer Herkunft. Und dass diese grausamen Taten nicht nur zahlend sind, sondern konkrete Schicksale. Das zeigen Beispiele aus Baden-Württemberg. Hier sicher für viele bekannt die Gruppenvergewaltigung von Freiburg. Neun verurteilte Personen, acht nicht deutsch oder auch ein weiterer Fall aus Biberbach, bei dem zwei Syrer und ein 33-Jähriger eine 14-Jährige vergewaltigt haben, ein Mädchen vergewaltigt haben. Viele trauen sich gar nicht mehr an die Öffentlichkeit, sie wollen anonym bleiben. Das zeigt hier ein weiterer Fall, auch wieder ein 14-jähriges Mädchen, das von zwei Syrer vergewaltigt wurde. Ich sage ganz klar, diese Kriminellen, sie gefährden die Sicherheit in unserer Heimat, sie zerstören unsere Lebensqualität, sie verachten unsere Kultur und Sitten und müssen umgehend abgeschoben werden. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich auch betonen und an die vielen anständigen Migranten in unserer Heimat erklären, dass ich und wir mit unseren Forderungen, wir stecken nicht alle in einen Topf, sondern wir unterscheiden ganz klar zwischen Kriminellen und den normalen Bürgern mit Migrationshintergrund. Kein einziger anständiger Migrant muss befürchten, bei einer Regierungsbeteiligung der AfD abgeschoben zu werden. Das versichere ich. Ganz im Gegenteil, wir haben ein gemeinsames Interesse, für sicheres Baden-Württemberg zu kämpfen, dass auch ihre Familien, ihre Kinder, ihre Enkel und ihre Nachbarschaft, dass die wieder sicher sind, frei von religiösen Extremisten, von Gewalttätern und Drogendealern. Für uns ist klar, wir sind zuallererst für unsere Bürger in Baden-Württemberg verantwortlich und müssen diese schützen. Wir wollen keinen einzigen illegalen Migranten mehr haben, auch nicht aus Afghanistan. Das verkraftet unsere Gesellschaft weder finanziell, noch sicherheitspolitisch, noch kulturell. Deshalb gilt Bürger schützen, Grenzen dicht!